Musik Willkommen zu einem neuen Vorstellungsvideo. Ja, endlich ist Grace dran mit ihrem Vorstellungsvideo, mein erster Passofino. Ja, vor über einem Jahr habe ich sie gekauft, hatte dann aber eine Videopause und auch Starstable-Pause, habe ich da nicht mehr so viel gemacht. Ja, mittlerweile möchte ich da aber ein bisschen was nachholen und der Passofino ist einfach definitiv eines meiner liebsten Championatspferde aktuell. Wir waren ja auch im Championat der Baroness recht erfolgreich und mal schauen, was wir da noch so erleben werden. Nicht wundern, wenn die Aufnahmen zu ihrem Vorstellungsvideo noch mit dem alten Charakter sind. Ich hatte da schon ein bisschen was aufgenommen, ich habe das Video nur nicht fertiggestellt, deswegen ja, nicht wundern. Das wird bei dem Domino wahrscheinlich auch nochmal der Fall sein. Ich weiß nicht, wie viel ich da schon aufgenommen hatte, aber ich hoffe trotzdem, euch gefällt ihr Video. Ich weiß nicht, wie viel ich da schon aufgenommen habe. Ich weiß nicht, wie viel ich da schon aufgenommen habe. Ich weiß nicht, wie viel ich da schon aufgenommen habe. Ich weiß nicht, wie viel ich da schon aufgenommen habe. Ich weiß nicht, wie viel ich da schon aufgenommen habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017